ein wunderschönen guten morgen mein name ist carlos martins und sie hören uns live aus dem traders club trading raum wir bereiten uns auf unseren dax trade vor es ist dienstag der 10 april und wir holen jetzt unsere box heraus bereiten und schon so langsam vor das hoch nehmen wir als long order das würde jetzt bedeuten 12.410 long und 12.395 short wir bleiben aber dabei 8 uhr 54 platzieren wir die order also wir sind immer noch auf unserem level 12.410 long 12.395 short und ich stalte das ding jetzt scharf und wir sind die orders liegen beim broker 12.410 long und 12.395 short es ist 8 uhr 55 und wir sind jetzt im ersten trade short es sind also noch vier minuten und erste trade die blaue linie zeichnet uns unseren tp an ich melde mich gleich noch mal so wir gehen jetzt mal auf den minuten chart so und noch vier minuten und wir sind im ersten trade short es ist 9 uhr und die glocke haben wir verpasst heute hier glocke verpasst weil wir seminar heute hier haben also ein punkt hat gefehlt bis zu unserem tag profit wir sind im ersten trade short gucken wir mal wie sich der markt hier entwickelt unser tp liegt bei 88 die kerze lag im tief auch bei 88 85 also knapp ein punkt hat gefehlt 9 uhr 97 so die weiße kerze kommt jetzt rein marschiert jetzt kommen wir wieder wir sind wieder um und bei der big number wer jetzt im arm drücken gewinnt kurzfristig die longys oder shortys sieht eher nach short aus aktuell 94 93 gehandelt es ist 9 uhr eins wir sind auf dem minuten chart aktuell wenn wir das wechseln auf den fünf minuten chart sieht die kerze so aus also wir bleiben mal auf dem minuten chart wechsel einmal hier noch mal macht das bild mal ein bisschen größer so die blaue linie ist unser tp 92 gehandelt 88 brauchen wir 90 gehandelt 92 92 92 92 91 gehandelt und jetzt kommen wir noch ein bisschen Druck rauf und wir sind raus aus dem Trade, meine Damen und Herren. So, das war der Trade Nummer 373, Handelstag Nummer 373 jetzt in Folge in den TP. Wir machen hier im Live-Tradingraum weiter und im Seminar. Wir haben diese Woche in Hamburg ein Offline-Seminar, wenn ihr im Hintergrund die Stimmen hört. Und ja, wenn ihr Lust habt, hören wir uns dann morgen wieder.